Open Office Text durchstreichen. Ich markiere den Text, gehe mit dem Mausfeld zum Startpunkt, klicke mit der linken Maustaste, behalte den Klick bei, ziehe zum Endpunkt, lasse die linke Maustaste wieder los und klicke anschließend auf das Menü Format und dann klicke ich auf Zeichen. Wähle den Reiter Schrifteffekt und wähle mir unter Durchstreichung ein Format aus. Wie es im Endeffekt aussieht, kann man sich unten als Beispiel nochmal anschauen. Und zum Ende klicke ich auf den Button OK. Oder ich markiere einen Text, gehe mit dem Mauspfeil auf den markierten Text, klicke mit der rechten Maustaste, gehe auf Stil und klicke auf Durchstreichen. Und zum Ende klicke mit der rechten Maustaste.